Termin für Volksentscheid. Die Berliner fahren voraussichtlich am kommenden Dienstag, wann sie über den Kauf des Stromnetzes und die Gründung von Stadtwerken durch das Land abstimmen können. Es ist die letzte reguläre Sitzung der Landesregierung, vor Ablauf der gesetzlichen Frist einen Termin festzulegen. Die Grünen forderten, dass die Bürger am Tag der Bundestagswahl am 22. September abstimmen dürfen. Laut Bild-Zeitung will der Senat den 3. November festlegen. Das wurde von Senatsprecher Bernhard Schudrowski jedoch nicht bestätigt. Der Berliner Energietisch will erreichen, dass Berlin sein Stromnetz wieder in die eigene Hand nimmt. Die Bürger dürfen nun bei einer Wahl darüber abstimmen.